Kraut, Unkraut, Unkraut. Jetzt hätte ich das eine noch nehmen können, aber egal. So. Also Krops habe ich. Ich habe den Hopfen. Und dann nehme ich gleich noch Kaffee mit. Kaffee. Kaffee. Und das Zeug wächst jetzt hier. Hier machen wir Hopfen her. Wie viele habe ich jetzt davon? Sechs Stück, ne? Naja, immerhin. Also drei, vier, fünf, sechs. Hopfen. 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 Hier nochmal Hopfen. So, sehr schön. Und der Kaffee wächst dann irgendwo hier. Mit ein bisschen Abstand. Also würde ich sagen, fangen wir hier an. Kaffee, Kaffee. Wie viele haben wir da? Drei? So. Und jetzt die Kaffeepflanzen hier rein. Kaffee. Kaffee. Der braucht eigentlich keinen Fährteleiser. Ich denke nicht, dass das irgendwas bringt jetzt. Wieso kann ich denn? Achso. Das ist eher negativ, aber ich hause jetzt trotzdem mal hier dran. Damit ich es aus dem Inventar habe. Das habe ich nie gemacht. So. Sehr schön. Okay. Jetzt brauchen wir hier noch ein paar Pipes. Oder ich hole noch die restlichen Pflanzen, die wichtig sind. Können wir auch machen. Das haben wir hier. Nee, Reis wächst wie die Angst. Da müssen wir auch aufpassen, dass wir nicht so viel nehmen. Weil sonst staut sich das in den Kisten. Und Stick Red möchte ich eigentlich auch nicht so viel nehmen. Da machen wir allerhöchstens vier Pflanzen. Allerhöchstens. Ich hole ihn mal. Eins, zwei, drei, vier. Dann nehme ich gleich mit die Melonen. Und ich nehme mit hier Reis. So. Ach, Reis. Ich weiß nicht, wie. Zuckerrohr halt, ne? Okay, dann brauche ich mein Werkzeug. Komm schon. Hier ist nichts. Da. Noch was? Nee. Schon wieder Unkraut. Meine Güte, gibt es doch nicht hier. Komm. Streng dich mal an. Hier brauchen wir noch ein bisschen mehr Hopfen. So, dann haben wir die Melonen. Die mache ich jetzt mal hier hin. Nee. Hier. Mein Gott. Alles ein bisschen sehr ungünstig. Melone. Melone. Stick Red. Der ist hier mit. Wie habe ich da? Vier, ne? Eins, zwei, drei, vier. So. Coole Sache. Und dann haben wir hier noch normalen Reis. Zuckerrohr. Der muss. Der muss. Ja, es ist eigentlich wurscht. Machen wir es hier. So. Coole Sache. Ernten tut der ja noch nicht hier. Das werden wir jetzt mal hier weg machen. Die brauchen wir nicht mehr. Da kommt nämlich dann hier das Combine drauf. Und dieses Combine erntet. So. Ganz genau. Haben wir hier das Quicksort eigentlich schon drin? Ja, ne? Sehr schön. Wenn ich jetzt hier irgendwas rein tue, hoffe ich, dass der nicht wieder abstürzt. Nö. Da könnte ich jetzt die Farben zwischenlagern. Oder was auch immer. So. Wird das hier jetzt was? Nein. Nehmen wir noch Kaffeepflanzen mit. Ich habe ja bloß drei oder so drüben. Die hier nehmen wir mal noch mit. Die stehen hier sinnlos rum. Oh, da kommen sogar Samen raus. Cool. Und hier auch. Sehr schön. Den Kaffee lassen wir da. Hopfen nehme ich auch nochmal mit. Und zwar dich. So. Wo ist noch welche da hinten? Da kommt auch nochmal Samen. Cool. Sehr schön. Kaffee. Kaffee. Moment. Den können wir gleich einselektieren. mit Bildkraftschlüssel. Und zwar hier sitzt einmal Hopfen, Kaffee und diese Terraworze. Die kommt hier rein. Also so. Kaffee tun wir dann irgendwo hier rein. Und wir brauchen noch diese Terraworze. Die hole ich jetzt gleich mal. Bevor wir das vergessen. Bevor wir das vergessen. Gleich rausholen. Dann haben wir noch diese Melone und Stick Red. Aber das wird ja automatisch hinten in die Kiste sortiert. zieht Leine. Zieht Leine. Zieht Leine. In die Bienenkiste. So. Also hier. Kommt jetzt noch die Terrawarze hinein. Die kann ich ja nicht doch jetzt. Cool. Und hier sitzt dann. Nichts. Ne. Die Melone kommt hier nicht rein. Die Melonen kommen hier hinein. So. Was kommt da noch rein? Ich denke nichts weiter. Also Hopfen hier. Kaffee hier. Reis landet hier hinten. Was ich gesagt habe. Ganz genau. Und die Melone. Hier. Hier landen aber auch diese Pumpkins. So. Achso. Terrawarze. So was. Jetzt müssen wir es aber haben. Jetzt muss ich erst mal schlafen. Cool. Was war denn das gleich? Ich glaube das war noch Hopfen ganz genau. Da gucke ich jetzt auch nicht was der für Daten hat. Kaffee. Hopfen. Kaffee. Kaffee. Hopfen. Hopfen. Sehr schön. Und das Zeug. Sticky Raisin wird automatisch hier einsortiert. Cool. Okay. Jetzt brauchen wir einen ganzen Sack Bildkraftpipes. Achso. Wir müssen das ja alles noch ausbuddeln auch. Oh je je. Das kann heiter werden. Na ja gut. Machen wir mal. Ja so in dem Dreh. Sehr schön. Und jetzt kommt eine coole Sache. Na ja. Strafarbeit eben. Mal gucken. Dass hier keiner rumschleicht. Hier schließen wir das mit an. So. Hm. So. Und ich glaube hier muss ich ein bisschen tiefer gehen. Was ich gesehen habe. Achso. Ich wollte die auch noch stoppen müssen. Jetzt wieder. Hat er wieder hingekloppt. Wie so ein Bauer. Wo sind die fackeln? So. Sehr schön. Mal gucken wie weit wir jetzt in diese Richtung müssen. Das blöde Gravel ist mir auch immer am Weg. So. Hier noch eine. Ja das könnte klappen. Das könnte gut gehen. Ich tue lieber von hier nochmal ein bisschen. Nach unten gehen. So. Wird schon gut gehen. Ja. Ich denke schon. Das reicht. So. Das könnte ich gleich durch den Ofen tun. Dann wird das nämlich schöner Fels. Und dieser Fels. Da füllen wir hier hinten dann auf. Halt Kompressor doch nicht. Ofen. So. Dann tue ich das da nochmal hier her. Pflanze die restlichen Sieds an. Oder zumindest noch ein paar. Das ist jetzt Hopfen. Sehr schön. Einmal brauchen wir glaube ich noch. Ne. Passt. So. So. Dann haben wir ein komplettes Feld Hopfen. Also achtmal. Und hier ist nochmal Kaffee. Kaffee. So. Cool. Na gut. Das reicht. So viel Kaffee trinken wir dann auch nicht. Oder? So. Jetzt habe ich den Fels vergessen. War ja klar. Den nehme ich aber gleich mit. Weil ich unten gleich das auffüllen möchte. Das muss aufgefüllt werden. Mensch hier. Das ist aber nicht gut. 64 nehme ich da raus. So. Habe ich jetzt alles? Die ganzen Logistikpipes soweit? Na komm schon. Mann. Der bleibt jedes Mal an dieser Brücke hängen. So. Jetzt hier runter. Aufpassen hier. Keine zu sehen. Sehr schön. Dann mache ich hier nämlich gleich noch Stein rein. Umso mehr Stein hier ist, umso mehr Strom ist da. So. Wo müssen wir denn dann hier weiter? Weiß ich jetzt gar nicht. Wie tief ich hier runter muss. Ja. Ich glaube so können wir es lassen. So. Komme ich hier noch hoch. Ja. So. Und jetzt geht es in diese Richtung. Oh. Hier kommt schon Sand gefallen. Das ist aber nicht gut. Dürfte aber nichts passieren. Diese Löcher, das kommt alles von meiner. Das ist vielleicht nicht gesund hier. Eine mühevolle Aufgabe das, ne? Fackeln haben wir auch nicht mehr. Echt spitze. Das mache ich anders. Moment. So. Oh, ich glaube hier ist Wasser. Ne, hier ist genau der Zaun. So, aber wieso ist hier überall noch? Ach, ja. Ja, 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 ja. Zwei hoch reicht auch. Hier ist schon Wasser. Da müssen wir aufpassen. So. Fackeln holen. Wir müssen unbedingt zurück Fackeln holen. Ich muss eh ein bisschen von diesem Zeug hier loswerden. So, Recycler. Obwohl. Ich heb mal noch diese Erde ein bisschen auf. Weil so super viel haben wir da auch nicht. Gravel. Das könnte eigentlich ein Abfall. Fels nehme ich mit. Dich rein. So. Halt. Die Fackeln mache ich hier. Nämlich aus Bienenwachs. So. Da kommen wir hin. Cool. Was macht der eine Flint da? Wo kommt der her? Brauche ich doch gar nicht so einen Quatsch. So. Dann hier gleich nochmal unser Teilchen aufgeladen. Cool. Jetzt habe ich aber alles bei. Ach ja. Ist das ein Stress. Ist das ein Stress. Hier wächst jetzt. Coole Sache. Das. Da. Ich nehme an, das ist eine Terra Warze. Und da geht es schon los, ne? Sticky Resin und Zuckerrohr. Ach scheiße, echt. Blöder Sand. Ja super. Und da geht es auch schon los. So ein Mist. Mist. Ich bin ja da nicht verrückt. Und da ist die Fackel. Dann machen wir hier noch eine her. Und da. Jetzt kommt schon massiver Fels. Hier. Guck mal. Cool. Hier ist nämlich. Kopp matronen. So. Ich glaube jetzt kommt gleich Wasser. Hier ist Boden. Da machen wir hier dicht. Sehr schön. Halt. Dann machen wir hier noch ein Fackelchen rein. Hier habe ich Eisen gefunden. Cool. Brauche ich doch alles. Brauche ich. Da können wir gleich eine Fackel rein tun. So. Jetzt müsste ich aber schon. Hier. Hier sind wir. Cool. Na. Na. Coole Sache. Das. Coole Sache. Felsen. Felsen. Felsen.